Servus Leute, Willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich Willkommen in unserer eSports-Area. Heute findet die Release Party statt, wo 32 der eine Mahia sind. Nun findet das FIFA 22 Turnier in der eSports-Area statt. Schauen wir gleich rein. Im Hintergrund läuft gerade das Casual Turnier. Wir haben beschlossen, dass ich gegen Kati Auma spielen werde. Ich bin in der ersten Zeit. 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 знак für die Higause. terrain